Ich spreche euch die Worte des Friedens, Allahu Akbar. Ihr werdet in den nächsten Jahren ein islamischer Staat sein. Allahu Akbar, Allah ist groß. Auch deine Tochter wird Muslime heiraten. Sie wird Muslime für die Lehre haben. Sie wird Arabisch in der Schule lernen. Du wirst es nicht verhindern können. In wenigen Generationen werden unsere Muslime, die Mehrheit im Bundestag wählen. Dann wird die Scharia der Konkurrenz mehr. Wehrt euch nicht gegen den guten, friedlichen, einklosen, Islam, Allahu Akbar. In wenigen Generationen wird dieses Land muslimer sein. Eure Kinder werden Muslime heiraten. Wenn man Muslime und Scharia wird in diesem Land recht sprechen.